ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video overwatch hier auf meinem kanal op glück oder können bin es win und los geht's ja wir sind in hollywood ich bin jetzt ganz unsicher was der torbo ist nein ich drücke das falsche ich bin alt das ist ja ja okay komm wir müssen sie zurückhalten dass sie bloß nicht das fahrzeug kriegen okay bin wir auf position ich verstecke mich hinter diesen geilen bugatti mit den zwei motoren ja das ist ein doppelmotor ein sogenannter ne ja ich tue es ja aber irgendwie laufen die ganze zeit an mir vorbei nein ich bin so schnell da und oh nee 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 reinhardt nein so schon mal nicht war das reinhardt nein 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 wo hast mich mit der kette geknutscht doch nicht beim ersten date mit zunge du sauerl da sieht man oder du arschloch okay weiter geht es ist ja auch pay to win wie komme ich hin ja so und so und jetzt torbo ja sehr schön einmal die luft höhere schussposition nein das war keine verteidigen sie zielpunkt a kein problem schon dabei kann ich von hier oben schießen wir snipen doch ein bisschen ja sehr schön kommt her kommt her ich wollte gerade sagen ich habe doch kein platz hier äh ne ne na toll ich kann okay ich bin hier mein team ist saugut die kommen gar nicht zu uns durch ja komm wir machen ein bisschen mit und rein mit den raketen oh scheiße ja komm schon ich bin an dir vorbei ich bin an dem vorbei reinhardt schon wieder also ich bin noch an dem vorbei ich bin links und vorbei und bin tot ja das soll man dazu sagen nach reinhardt ich sah ein loch ein loch nicht ein arsch damit seinen riesigen hammer auf kleine mädchen einhaut ja ich weiß nein sie kriegen den punkt willst du mich verarschen okay mein team ist gut ich bin scheiße was soll ich machen ne also ich schieße mit raketen drauf und nix ey raketen und dann kommt lucio mit seinen scheiß lautsprechern hier und macht uns harakiri ich treffe gar nichts scheiße naja wir ey nicht schon wieder du ey der roadhawk geht mal so auf die eier alter er hat irgendein problem mit jungen mädchen naja soll man die parzei vorbeischicken bei der roadhawk naja er zieht immer junge mädchen an sich ran und erschießt sie ja 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 du sauer ok das sind jetzt sprüche das ist nur spaß ich hoffe ihr wisst es mein hirn läuft gerade am mok alles ok ist nur mein verstand sollte ich mir sorgen machen nein ja komm voll drauf ja in dem moment macht er sein schild an du cheatest doch das ist pay to win zwei drei eins feuer links kommt einer links kommt einer ja ich weiß dass du kommst ich hab dich gehört ja eigentlich hab ich dich gesehen du bist du und immer schön truff da ach nein bekommst du den her ich hab das für dich dumme idee dumme idee wie ich hab keinen gekillt ich hab vorher einen gekillt was so geht das dir oh er ist tot ja natürlich wir schieben das auto zurück komm schon ab auf die motorhaube aber ich hab die kills bekommen ich hab doch gar nichts gemacht hab ich die kills vorher bekommen hä geil ok läuft wir drängen euch zurück ihr schweine ja ja ich hab auch raketen 3 2 1 feuer ok das war jetzt schlecht runter gezählt ernsthaft alter da kommt der wiese von da oben ich komme gerade voll ich komme gerade nicht klar bin schon wieder tot läuft gut er läuft sehr gut nein ein soldier hat mich gekillt der hat doch gar nicht getroffen wo schießt denn hin kein problem ich hatte wirklich input lag ja ich hab vodafone verdammt ah ich bin gerade gut drauf es ist sonntag bei zeitpunkt der aufnahme und ausstrahlung ist montag mal rein ja ich bin nicht auf dem ey was gibt es doch nicht was soll ich noch machen alter großer wie viel wie viel energie hast du denn Oh Mann, beweg dich nicht so Ja, ich weiß, wir Fetten können uns schnell bewegen Ich weiß, ich bin ein gutes Beispiel dafür Aber Ich zieh dir als auf dich drauf Oh, hier habe ich gar nicht gesehen Reinhard Danke, Anna Sehr lieb von dir Gut gemacht Oh, mein Team ist gut Mein Team macht es Mann, habe ich wieder meinen Mac Okay Lucio Bleib hier Ja, toll Ich sterbe und kriege meinen Mac wieder Ja, natürlich Wer stehe ist denn da? Oh, nicht schon wieder du Geh weg da Nein Ja, ich merke es, Zeit auszusteigen Oh mein Gott, ich bin schon wieder tot Ich laufe mal weg Ja, ist das okay? Ah, Lucio, geh weg Lucio Lucio Kleiner böser Brasilianer Ich wollte jetzt sagen Franzose Aber das ist ja, glaube ich, Ballista Oder Anna Ne, Anna ist Russin Ich habe keine Ahnung Ich weiß nicht, aus welchen Ländern die Leute hier kommen Ich kann mir gerade ihre Namen merken Ach komm, die kommen für einmal so weit Ja, natürlich Nächster Kommt ihr nicht rein Entschuldigung für das Bäuchchen Ich bin ein Arschloch Ja, nicht schon wieder Ja, ich habe meinen Mac verloren Und Lucio Ich komme nicht klar Äh Ich treffe ihn nicht Was war das denn? Ja, ich wurde eliminiert Das ist mir schon aufgefallen Aber ich habe den Rabbit Habe ich den Rabbit? Lass mich doch mal wieder ins Game rein Alter Tracer ist gut Ich habe den Rabbit Nein, den Rabbit Nicht den Leck Wie war das bei Pacific Rim? Folge nicht den Rabbit Lass los Kein Problem Ich folge nicht den Rabbit Und ich lasse los Ich kriege keinen Kill? What? Äh Jetzt glaube ich wirklich, dass der Gegner sheetet Ah, okay, okay Racer halt Wir schaffen das Wir schaffen das Ich komme nicht drauf Scheiße Ich habe versucht drauf zu Patek zurück Zurück Geht irgendwie nicht mehr Schade Komm, ich brauche meinen Mac Okay, ich unterstütze euch mit meinen Raketen Jetzt fährt das Fahrzeug zurück Warum nicht gleich? Ja, wir gewinnen das Alter, ist das geil Zwei Minuten Countdown Ey, geil, Mann Wir haben die so hingehalten Mein Team ist genial, Alter Wir schaffen das, Alter Alter, Alter So was Ich sag so oft, Alter Ja, ich weiß Da muss ich ja hinschießen Hier Geradeaus Ah, Lucio Geh weg 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 Geh doch mal nach Hause Ich habe Raketen vor Ich wollte keiner mehr da Und von der Seite Ist nicht wahr Ah Ich habe schon wieder Mein weg verloren Oh, Mist Da war irgendwas mit meinem Headset Jetzt merke ich es wieder Ich habe vorhin schon gespielt Mit meinem Bruder Und da hat das Headset auch schon gesagt Batterie ist leer Wie scheiße Nach der Runde Oh nein, Reinhard Geh weg, Alter Nein Naja, ich glaube nicht, dass sie eine Minute noch gewinnen Okay, oder doch Ja, ist gut Jetzt zeigt mir doch nicht die Animation Lass mich wieder ins Spiel Ich hasse das, ohne Mist Ich könnte seit drei Sekunden helfen Und Schaden anrichten Nein Ja, klar Jetzt gewinnen die Weil die Animation einen auffällt Hä? Was? Wie schlaft? Bruder, da ist doch keiner Wo ist denn die Anna hinter mir? Alter, lass mich wieder rein Wo kommt das Ding wieder her? Ah Allein Jo, gut Die gewinnen am Ende noch Das gibt es doch nicht Ich war mir so überheblich sicher Ich war so überheblich sicher Wir haben wirklich noch verloren Verdammt, danke fürs Zusehen Ich wünsche dir einen schönen Tag Einen guten Morgen Einen noch besseren Abend Ich bin nicht mehr draus Peace